Hast du Töne? Jetzt fangen wir mit unserem ersten Teil an und zwar, das heißt jetzt Kulturgeklapper. Was wir eigentlich suchen, ist wirklich etwas, was den Leuten Freude macht und nach Theening auch ein bisschen Kultur bringen, ist dann natürlich ein hübscher Nebeneffekt. Was wir natürlich auch möchten, ist, dass wir eine Plattform erstellen, bei der die Leute sich auch wieder begegnen, wieder miteinander reden. Das, was irgendwo hinten runtergefallen ist, ich finde es so schade, dass man nicht mehr miteinander spricht. Und wir haben uns drei Monate auf den Weg gemacht nach Costa Rica, auf der Suche nach einem Ort, an dem wir aktiv etwas machen können für den Umweltschutz, Bäume pflanzen, an einem Schutzgebiet uns andocken. Das ist konkret Bosca Azul, also das ist das Grundstück, was wir gerne kaufen wollen mit unseren Spenden. Danke fürs Kommen und all denen, die dann in YouTube, wo auch immer, das auch mal anschauen werden, danke auch fürs Interesse. Hast du Töne?